BG, BAG und Borg St. Johann im Pongau mit SKIP, das Solarkocher-Indien-Projekt. In einem einzigartigen Schulprojekt werden österreichische Kinder und Jugendliche an die Verwendung von Solarenergie herangeführt. Die Schüler lernen, wie man einen Solarkocher selbst zusammenbaut und damit kocht. Im darauffolgenden Solarkocher-Indien-Projekt wurden Solarkocher an indische Dörfer gespendet. Durch verschiedene Aktionen wie Müllsammeln, Kochen mit dem Solarkocher bei Stadtfesten oder Ausstellungen zum Thema Solarenergie werden Spenden für zusätzliche Solarkocher gesammelt und Bewusstseinsbildung betrieben.